Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen von Contao 5.3 vor. Werfen wir zunächst gemeinsam einen Blick auf den Contao Release Plan. Mit Contao 5.3 haben wir wieder eine sogenannte LTS-Version. Diese Version hat einen erweiterten Support-Zeitraum und zwar geht dieser bis Februar 2028. Das heißt, Contao 5.3 wird uns jetzt eine sehr lange Zeit begleiten. Mit der Veröffentlichung von Contao 5.3 endet der Support für die vorhergehende Version. In dem Fall wird Contao 5.2 ab sofort nicht mehr gewartet. Das gleiche gilt auch für die alte LTS-Version Contao 4.9. Auch diese wird in Zukunft nicht mehr gewartet. Solltest du also weder Contao 4.13 noch Contao 5.3 nutzen, dann rate ich dir unbedingt zu einem Update. Kommen wir nun zu den Neuerungen. Starten wir bei ein paar Verbesserungen bei der Bedienbarkeit. Wenn du in der Bearbeiten-Maske bist, dann siehst du schon diese neue Leiste oben. Das heißt, du kannst ab sofort in die einzelnen Bereiche springen. Nehmen wir an, ich möchte etwas an den Template-Einstellungen ändern. Dann klicke ich auf Template-Einstellungen und Contao scrollt automatisch an diese Stelle. Das schöne ist auch, dass diese Leiste oben sticky ist. Das heißt, sie ist immer zugreifbar und ich kann auch wieder schnell zurück zum Element-Typ wechseln. Neben der neuen Link-Liste haben wir jetzt, tadaa, auch endlich einen Sticky-Footer für die Speichern-Buttons. Das heißt, die Buttons bleiben, egal wo du bist, immer am unteren Bildschirmrand verfügbar und können sofort mit der Maus erreicht werden. Außerdem hat sich das Alle-Öffnen- und Schließen-Skript verbessert. Das heißt, wenn du hier auf Alle-Öffnen klickst, dann geht das schöner animiert und wesentlich schneller. Und die zweite Verbesserung ist, dass wenn du zum Beispiel hier einen Menüpunkt geschlossen hast, aber die anderen eben hier bereits geöffnet, dann kannst du die Alt-Taste bzw. die Optionstaste bei deinem Mac drücken und dann, wie du siehst, ändert sich hier die Option und du kannst doch nochmal auf Alle-Öffnen klicken. Kommen wir nun zu einem der größten Neuerungen im Backend und zwar bietet Contao 5.3 nun verschachtelte Inhaltselemente an. Der Vorteil, das Backend wird dadurch übersichtlicher und das ist der Grundstein, dass viele Erweiterungen jetzt diese Funktion eben auch nutzen können. Schauen wir uns das Ganze an. Aktuell sind umgesetzt der Slider und das Akkordeon, außerdem gibt es ein sogenanntes Gruppieren-Element. Sehen wir uns dazu das Akkordeon-Element an. Wenn ich jetzt nach dem Elementtyp Akkordeon suche, dann bekomme ich vier Elemente, das neue Akkordeon-Element und die sogenannten Legacy-Elemente, die eben zur Rückwärtskompatibilität noch da sind, in dem Fall das 1-Element und Umschlag-Anfang-Ende. Ich habe das bereits jetzt einmal vorbereitet, das heißt, wenn wir jetzt hier in dieses Akkordeon-Umschlagselement gehen, dann habe ich hier jetzt Elementtyp Akkordeon, ich habe hier eine Überschrift und kann angeben, ob alle Bereiche bereits geschlossen sind oder der erste Bereich eben offen ist. Anschließend gehe ich auf Speichern und gehe auf Kind-Elemente bearbeiten. Hier lege ich dann einfach die entsprechenden Inhaltselemente hinein, das heißt, ich habe hier Text und Bild gemischt und wenn ich hier wieder auf den Bearbeitestift gehe, dann wird eine Bereichsüberschrift erzeugt und hier kann ich meine einzelnen Bereiche eben benennen. Wenn du jetzt mehrere Elemente in deinem Slider gruppieren willst, zum Beispiel ein Text-Element und ein Download-Element, dann kannst du das neue Element Element-Gruppe verwenden. Auch hier ist es so, ich habe hier wieder ein sogenanntes Nested-Element und wenn ich hier mir die Kind-Elemente anzeigen lasse, dann habe ich hier ein Text- und ein Download-Element. Jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich auch noch im Frontend ansehen, das heißt, ich habe hier jetzt mein Umschlagselement und in dem Fall die Einzel-Elemente und hier auch mein Gruppen-Element, wo eben jetzt ein Text-Element und ein Download-Element enthalten ist. Wichtig für dich, natürlich sind auch hier wieder CSS-Anpassungen nötig, das heißt, das alte CSS kannst du hier nicht mehr weiterverwenden. Das nächste Element, das umgesetzt wurde, ist der Content-Slider. Auch hier siehst du, wir haben den neuen Content-Slider unter Verschiedenes und unter Legacy-Elemente haben wir den Slider-Anfang und das Ende. In dem Fall verwenden wir jetzt den neuen Slider, können auch hier unsere Slider-Einstellungen machen und gehen dann wieder auf Speichern und Kind-Elemente bearbeiten und ich habe hier jetzt zum Beispiel mal drei Bilder hineingelegt. Auch hier möchte ich dir ganz kurz das Frontend zeigen, wie du siehst, haben wir jetzt einen Slider, der eben die einzelnen Bilder durchwechseln kann. Neben dem Akkordeon und dem Slider gibt es auch noch die sogenannte Element-Gruppe. Diesen Typ kannst du auch natürlich außerhalb eines Akkordeons verwenden, um eben einzelne Elemente zu gruppieren. Auch hier legst du einfach die Element-Gruppe an, klickst dann auf Speichern und Kind-Elemente bearbeiten und hierin kannst du dann jetzt deine einzelnen Elemente hinzufügen. Was du früher zum Beispiel mit deinem eigenen Diff machen musstest, macht jetzt eben diese Element-Gruppe. Auch hier zeige ich dir ganz kurz noch das Frontend. Das Ganze ist relativ unspektakulär. Wesentlich spannender als die Ausgabe des Textes ist natürlich das HTML, denn hier siehst du, dass eben das Diff um diese beiden Text-Element gelegt wurde. Ein neues Inhaltselement gibt es auch, und zwar vom Typ Beschreibungsliste. Das wird zum Beispiel verwendet, um ein Glossar oder eine Beschreibungsliste eben zu erstellen. Das heißt, du gibst hier Listen-Einträge in Form von Begriffen und Details ein. Im Frontend könnte das dann so aussehen, dass du hier eben eine Beschreibungsliste ausgibst mit Begriffen und dementsprechenden Erklärungen. Natürlich lässt sich das dann im CSS wieder entsprechend formatieren. Bei den Berechtigungen hat sich ebenfalls etwas getan und so kannst du ab sofort auf die einzelnen Frontend-Module ebenfalls Berechtigungen vergeben. Sehen wir uns kurz den Zustand oder Contao 4.13 an. Wenn du jetzt beispielsweise dem Redakteur den Element-Typ Modul freigeschaltet hast, dann waren in der Liste alle Module enthalten. Wenn du aber zum Beispiel möchtest, dass dein Redakteur nur die Archive im Kalender ändern kann, dann kannst du das jetzt fein steuern. Dazu wurden die Benutzerberechtigungen erweitert und du findest jetzt den Eintrag Frontend-Module. Und hier kann ich zum Beispiel bei den Events eingeben, dass ich eben Kalender, Event-Leser, Event-Liste und das Event-Menü bearbeiten lassen möchte. Und wie du siehst, kann ich jetzt nur noch diese einzelnen Module bearbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass wenn ich jetzt beim Element-Typ Modul ein Modul auswählen soll, dann kann ich hier eben auf diesen Schalter klicken und du siehst, es werden mir nur noch die Module angezeigt, die ich auch wirklich nutzen darf. Wenn du mit Contao Newsletter versendest, dann wirst du dich über dieses Feature freuen, denn ab sofort gibt es ein neues Mail-Responsive-Template. Mit diesem hast du eine Vorlage für Responsive Newsletter und kannst auch viel einfacher fremde Newsletter-Templates in Contao integrieren. Außerdem wird das entsprechende CSS in diesem Template dann als Inline-CSS ausgegeben, was die Kompatibilität mit den einzelnen E-Mail-Clients verbessert. Im Newsletter selbst findest du ein neues Preheader-Textfeld, welches ebenfalls ins Template übergeben wird und zum Schluss, wenn du dieses Responsive-Template dann versendet hast, dann sieht das zum Beispiel so aus, wenn du es in einem Gmail-Mail-Client öffnest. Beim Login-Modul kannst du ab sofort auch eine Passwort-Reset-Seite anlegen, das heißt, du musst das Ganze nicht immer manuell über das Template machen, sondern das passiert jetzt ganz automatisch, sobald du hier eine Seite zuordnest. Das Ganze sieht im Frontend dann so aus, im Login-Modul hast du jetzt unterhalb des Anmelde-Button dann zusätzlich diesen Link-Passwort vergessen. Bei den News- und Kalender-Einträgen gibt es ebenfalls zwei Neuerungen. Zum einen lässt sich das Weiterleitungsziel auf Artikel jetzt wesentlich einfacher gestalten, da es auch hier jetzt statt der Select-Box einen Picker gibt. Das heißt, wenn du hier auf Auswahl ändern klickst, dann hast du eben die Möglichkeit, das Ganze hier direkt im Seitenbaum auszuwählen. Und als zweite Neuerung kannst du ab sofort auch eine kanonische URL bei den News- und Event-Einträgen hinterlegen. Bei den Schema-Org-Daten hat sich auch etwas getan und so fügt ab sofort Contao bei den Elementen Download, Downloads und beim Media-Player ganz automatisch im Quelltext die entsprechenden Schema-Org-Auszeichnungen hinzu. In diesem Beispiel werden eben die Schema-Org-Daten für diese drei Downloads automatisch im Quellcode hinzugefügt und so wird die Seite noch besser lesbar für den Crawler. Die Suche wurde in Contao ebenfalls beschleunigt. Du kannst jetzt auch im Backend direkt die Crawl-Tiefe angeben. Außerdem gibt es über die Konfigurationsdatei die Möglichkeit, die Anzahl der gleichzeitigen Requests zu beeinflussen. Der Standardwert für gleichzeitige Requests liegt derzeit bei 5. Wenn du allerdings genügend Server-Ressourcen zur Verfügung hast, kannst du diesen Wert erhöhen, um deine Suche noch etwas zu beschleunigen. Kommen wir nun zum Thema Sicherheit. Sicherheit ist für Contao ein wichtiges Thema und deswegen auch hier wieder viel Energie und viel Entwicklerzeit investiert, um zusätzliche Sicherheitsfeatures zu integrieren. Neu ist, dass wenn du auf das Protocol HTTPS wechselst, automatisch der HSTS-Header mitgeschickt wird. Das heißt, du musst das nicht mehr manuell umständlich über eine Config-Datei lösen, sondern Contao löst das für dich und sendet eben jetzt automatisch diesen Strict Transport Security Header mit. Damit aber nicht genug, Contao hat sich auch dem Thema CSP, also Content Security Policy angenommen und du kannst diese ab sofort im Website-Root im Backend konfigurieren. Dazu gehst du in den Bereich Content Security Policy in deinem Website-Root und klickst auf CSP aktivieren. Sobald der CSP aktiviert ist, kannst du hier deine entsprechenden Content Security Policies ausfüllen und dementsprechend für deine Webseite einstellen. Dann hast du noch die Möglichkeit, einen Berichtsmodus zu aktivieren und auch die Protokollierung zu aktivieren. Nach Aktivieren des CSP und Neuladen der Seite bekomme ich hier jetzt eben in meinem Header die entsprechende Content Security Policy zurück. Hier steht jetzt DefaultSRCS gleich Self. Als Besonderheit generiert Contao hier auch bereits für das Script Nons-Werte, die eben das Script absichern. Diese Nons-Werte werden auch automatisch dann im HTML eingefügt. Kleiner Hinweis noch, Das Thema ist natürlich sehr komplex, das heißt, wenn du CSP aktivierst, musst du dich intensiv mit dem Thema Content Security Policy auseinandersetzen, damit eben die Konfiguration deiner Website passt und noch alles so funktioniert, wie du das gerne hättest. Wenn du unter Contao 5.3 den Wartungsmodus aktivierst, zum Beispiel hier über den Contao Manager, dann wird dir ab sofort das Standard-Template auf die entsprechende Sprache deines Browsers übersetzt. Das sogenannte DNS-Mapping wird alle begeistern, die mit Staging-Umgebungen und lokale Entwicklungsumgebungen arbeiten. Normalerweise pflegst du im Website-Root Domain-Namen, hier in dem Fall zum Beispiel example.com und nun kannst du ganz einfach über die env.local einstellen, dass du example.com auf eben example.local umstellst. Wenn du lokal dann deine Datenbank importierst und du einmal ein Contao Migrate ausführst, dann wird auch automatisch der Domain-Namen entsprechend geändert. Neben den Verbesserungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, gibt es natürlich auch noch weitere Verbesserungen für Entwickler und viele Fixes und Fehlerbehebungen. Alles dazu findest du im kompletten Change-Log von Contao 5.3. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche dir nun viel Spaß mit der neuen LTS-Version von Contao.